Tatsächlich geht es mir in meinen Fortschritten, was die Rehabilitation von meiner Verletzung betrifft, besser. Das Problem ist nur, es geht mir nicht tatsächlich besser, sondern meine Symptome sind einfach nur abgeklungen, aber die Ursache für meine Schmerzen ist immer noch da. Jetzt wird es kompliziert und genau darüber möchte ich euch kurz ein bisschen aufklären, möchte ein bisschen Klarheit schaffen und damit kann ich euch nämlich deutlich besser erklären, wie es hier jetzt weitergeht. Zuallererst, wie manche von euch sich ja schon mitbekommen haben, ich trage keine Schiene mehr, ich bin nicht mehr ruhig gestellt in diesem Sinne und mein Physiotherapeut hat mir auch das Okay gegeben, mich wieder zu bewegen, wieder Sport zu machen und das aber in einem sehr eingeschränkten Ausmaß. Vor allen Dingen Radfahren und Klettern ist aktuell das Einzige, was ich so richtig machen sollte. Gestern bin ich dann das allererste Mal wandern gegangen und wandern gewesen, also am Dienstag, und zwar eine ganz kleine Tour, 450 Höhenmeter, ganz gemütlich. Das Problem ist nämlich, dass meine Sehne am Kniegelenk, die außen entlang läuft, an der Kniescheibe, die hüpft und die hüpft über die Kniescheibe drüber. Und das haben wir mittlerweile herausgefunden, das ist auch das Problem und die Ursache für die Schmerzen. Die Sache ist nur, wir wissen, also wir, das ist mein Physiotherapeut und ich, wir wissen nicht, warum das so ist. Es gibt verschiedene Ideen und verschiedene Ansätze verschiedener Ärzte und Orthopäden, die MRTs und Ultraschall gemacht haben und diese unterschiedlich interpretieren. Und da wird es jetzt eben komplett unübersichtlich. Im Endeffekt weiß ich gar nicht so richtig, was das Problem ist, sondern ich weiß nur, was die Symptome auslöst. Aber was das wiederum auslöst, das kann ich nicht sagen. Und das ist natürlich unglaublich frustrierend. Trotzdem ist das auch irgendwo Teil des Lernprozesses einer Verletzung, dass viele Dinge einfach nicht eindeutig sind. Die Frage ist jetzt, was bedeutet das für mich? Und ich kann ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie weit ich in einem Monat gehen kann. Ich weiß nicht, wie weit ich in zwei Wochen gehen kann. Und ich weiß auch nicht, wie weit ich in drei Monaten gehen kann. Und genau das ist eigentlich das, woran ich gerade am meisten zu hadern habe. Ich habe keinen Plan in dem Sinne, sondern mein Therapeut und ich, wir probieren. Weil er kann nicht genau sagen, wie wir die Ursache am schnellsten behandeln können und welche Therapieschritte und welche Behandlungen tatsächlich am besten wären, um das Problem in den Griff zu bekommen. Wir wissen nicht, wie wir das Sehnenspringen loswerden sollen. Das Problem ist, egal ob ich bergsteigen gehe oder normal gehe, einkaufen gehe oder Rad fahre, dieses Sehnenspringen tritt auf. Und dass das langfristig natürlich nicht gut ist, darüber sind wir uns alle mittlerweile im Klaren und dabei sind wir uns auch alle einig. Die Frage ist nur, was tun wir dagegen? Wir haben jetzt verschiedene Ansätze und dementsprechend sind manche erfolgsversprechender, andere nicht so und wir wissen nicht, was wie gut funktionieren wird. Ich bin jetzt noch ganz lange bei ihm in Betreuung, aber tatsächlich ist es so, dass mittlerweile meine Schmerzen so weit im Griff sind, dass ich wieder gehen kann, dass ich schmerzfrei gehen kann, dass ich klettern kann und dass ich bouldern kann und auch Rad fahren kann. Und tatsächlich habe ich auch gar keine Schmerzen mehr und auch bei meiner kleinen Testwanderung habe ich zumindest bergauf keine Schmerzen gehabt und bergab hatte ich Vermeidungsstrategien, um keine Schmerzen zu haben. Das Problem ist nur, eine Vermeidungsstrategie ist keine Lösung und dass ich keine Schmerzen habe, heißt nicht, dass ich vielleicht nicht doch nach einer Zeit, nach einer längeren Zeit Schmerzen entwickeln könnte. Und jetzt sind wir eben an dem Punkt angekommen, an dem wir überlegen müssen, mein Physiotherapeut und ich, akzeptieren wir dieses Sehnenhüpfen, dieses Sehnenspringen einfach und schauen, wie weit wir damit quasi gehen können oder überlegen, wie wir das Sehnenspringen loswerden. Option Nummer 2 ist meiner Meinung nach die langfristig sinnvollere. Option Nummer 1 ist auf jeden Fall die kurzfristig sinnvollere und die kurzfristig bessere. Die Frage ist nur, ob es nicht langfristig zu einem Problem werden kann. Das heißt, das ist jetzt das kurze Update dazu, weil manche sich gewundert haben, warum ich auf Instagram ein Bild vom Gipfel gepostet habe und so. Das ist alles einfach aufgrund der Tatsache, dass mein Physiotherapeut mir jetzt eine sehr, sehr lockere Leine lässt und sagt, probiere einfach mal einige Dinge aus, schau, was für ein Feedback dein Körper mitbringt, denn dein Körper weiß am besten, was ein Problem ist und was nicht. Und mit diesen neuen Informationen, die man daraus gewinnt, dass ich jetzt zum Beispiel eine kleine Wanderung unternehme, also in dem Fall bin ich von der Seegrube, also von der Mittelstation, zum HVLK über den Steig raufgegangen und dann eben auch wieder abgestiegen. Mit der Option, dass wenn der Abstieg nicht funktioniert, dass ich dann oben in der Bahn einsteigen kann. Und dementsprechend, das war eine ganz kleine Wanderung und mein Physiotherapeut hat diesen pragmatischen Ansatz, zu sagen, ja, schau mal, was dein Körper an Feedback mitbringt und diese Informationen gibst du mir dann und damit arbeiten wir dann. Und was für ein Feedback ich mitbringen kann, ist, ja, es ist, es kann schon schmerzhaft sein, aber mit den richtigen Vermeidungsstrategien ist es nicht schmerzhaft. Die Frage ist, wie werden wir es, diesen Schmerz los, ohne dass ich dann zukünftig auch Vermeidungsstrategien brauche, denn, ich blende euch jetzt mal das Video ein, wie ich aktuell bergab gehe, also in so einer Hocke, damit ich das Bein nicht strecken und dann wieder beugen muss, sondern die ganze Zeit in so einem gewissen gebeugten Winkel unterwegs bin. 500 Höhenmeter, 600, 700 kann ich mir damit noch ganz gut vorstellen, dass ich absteige, aber so ab 1000 wird es dann schon eng und über 2000 Höhenmeter brauchen wir eigentlich gar nicht drüber reden. Das funktioniert einfach nicht. Dafür ist mein Oberschenkel einfach nicht konstruiert und ich glaube, das ist auch nicht praktikabel. Im Endeffekt ist das alles wahnsinnig frustrierend und viele Leute sagen mir jetzt, hey cool, du bist wieder auf einem guten Weg, alles ist wieder positiv, der ganze Heilungsprozess geht weiter und so. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich sind nur die Schmerzen verschwunden. Die Ursache ist irgendwie immer noch da und wir wissen immer noch nicht, wie wir sie loswerden sollen und deswegen kann ich leider überhaupt nicht hoffnungsvoll in die Zukunft schauen, sondern kann euch immer noch nur mitteilen, ich habe keine Ahnung, wann ich tatsächlich fähig sein werde, die großen athletischen, äh athletischen, ja, also die großen alpinistischen Projekte, die ich eigentlich Anfang Juni, Mitte Juni und Anfang Juli geplant gehabt habe, wie ich tatsächlich umsetzen kann, ob ich sie überhaupt noch umsetzen kann und wie das alles weitergeht. Und, ähm, das ist, das ist aktuell so die frustrierendste Erkenntnis. Das ist nicht Wissen, ganz ehrlich, das frisst mich langsam richtig auf und mir, ähm, mir reißt auch langsam der Geduldswaden und ich kann aber nichts dagegen machen und ich kriege keine neuen Informationen, also ich kriege zwar Angebote von Kortisonspritzen und über sonst was, ich weiß nie, was der richtige Weg ist, weil ich eben so viele unterschiedliche Informationen kriege und das ist alles im Großen und Ganzen einfach ärgerlich und traurig und, ähm, also für, für einen, für jemanden, der von seinem Körper so stark abhängt wie ich, ist das eine große Sache und, aber nur damit ihr euch nicht wundert, es kann natürlich jetzt vorkommen in nächster Zeit, dass ich immer wieder mal Bilder vom Klettern oder so poste oder auch vom Wandern oder dass ich irgendwo im leichten Gelände unterwegs bin oder so, ähm, das ist leider noch kein Zeichen dafür, dass sich irgendwas verändert hat, es ist nur ein Zeichen dafür, dass mein Physiotherapeut mehr Informationen über das Schmerzbild braucht und, äh, mehr Informationen darüber, wie mein Körper auf welche Reize reagiert. Dass das nicht immer positiv ist, ähm, ja, das muss, das wollte ich ja an dieser Stelle auch nochmal erwähnen. In diesem Sinne, ich halte euch gerne am Laufenden. Eine Sache noch für den nächsten Donnerstag, Training für die Berge ist ja immer am Donnerstag und da wäre jetzt meine Idee gewesen, ich könnte euch nächsten Donnerstag tatsächlich einige sehr, sehr gute Übungen zeigen, die ihr als Ausgleichsübung fürs Bergsteigen machen könnt, damit ihr nicht zu einseitig trainiert, dann, denn sonst entwickelt ihr irgendwann das Problem, das ich jetzt habe und genau das will man natürlich verhindern. Denn meine Überlastung, mein Überlastungsschaden, der jetzt so seltsame Konsequenzen mit sich trägt, der ist vor allen Dingen dadurch entstanden, dass die Kletterhallen zugesperrt haben und ich meinen Fokus komplett auf den Berglauf gelegt habe und auf das Skibergsteigen und dadurch habe ich eine sehr einseitige Belastung entwickelt und über die Zeit dann eben diesen Überlastungsschaden. und man braucht ein gewisses Ausgleichstraining und auch vor allen Dingen viel Dehnen, viel, also ja sehr viel Dehnen, die Körpermobilität möglichst hoch halten und das alles ist wichtig, um solche Verletzungen zu vermeiden. Das wusste ich vorher, hat mich offensichtlich nicht ausreichend daran gehalten, jetzt weiß ich es deutlich besser und bin da nochmal um eine Erfahrung schlauer geworden und deshalb kann ich euch jetzt auch anbieten, wenn euch das interessiert, schreibt mir das gerne in die Kommentare, bewertet das Video gerne positiv, wenn euch das interessiert, dann zeige ich euch nächste Woche Donnerstag auf jeden Fall mein Dehnprogramm, was ich jetzt für die Physiotherapie auch machen muss und auch die Übungen, die Kräftigungsübungen für die Antagonisten, also ein Antagonistentraining und so weiter. In diesem Sinne, wenn euch das Thema interessiert, schreibt es gerne in die Kommentare, das war jetzt hier noch ein kleines Update, dass eben Training für die Berge aktuell für mich so aussieht, dass ich am Schreibtisch sitze und meine Antagonistenübungen mache und auf einer Matte liege und meine Dehnübungen mache und vielleicht manchmal ein bisschen draußen bin und vor allen Dingen klettern gehe. Übrigens, wenn euch das Thema Klettern und Training fürs Klettern auch interessiert, weil das ja auch irgendwie Berge ist, das könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, dann kann ich auch dazu sehr viele Videos jetzt machen, weil schließlich darf ich klettern, aber ich darf nicht hart Bergsteigen oder Trailrunning darf ich auf keinen Fall betreiben. Insofern, wenn euch das Thema Klettern interessiert und wie man fürs Klettern fit werden kann, auch gerne im leichten Gelände, schreibt auch das gerne in die Kommentare, dann kann ich mich auch damit mal näher auseinandersetzen in Videoform und ihr könnt da vielleicht ein bisschen was für euch mitnehmen. Schließlich bin ich doch kein ganz schlechter Kletterer gewesen, bevor die Hallen zugesperrt haben. Insofern, vielleicht kann ich da den ein oder anderen Tipp für jemanden von euch hinterlassen. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit. Ich danke euch, wenn ihr mich trotzdem, obwohl jetzt hier kein aktives, tolles Training kommt, sondern nur theoretische Videos oder nicht ganz so extrem praktische Videos, freue ich mich natürlich trotzdem, wenn ihr mich unterstützt. Ich danke euch vielmals. Ich danke allen Leuten, die das Projekt Alpen Academy in diesem Ausmaß unterstützen. Und ja, wie immer wünsche ich euch bis zum nächsten Mal eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns spätestens morgen wieder mit einem neuen Video. Und in diesem Sinne, bergheil! Ich will auch mal wieder bergsteigen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.